und aus dem grund sehen wir auch dass wir bei adidas ja eigentlich in meiner letzten zeit ziemlich viel aufbrausendes hatten ziemlich viel aufbrausende diskussion noch hatten ziemlich viele hochs und tiefs hatten nicht nur wechseln die ceos zwischen puma und adidas gerne mal hin und her jetzt weg von adidas hin zu puma aber wir haben auch immer wieder viele diskussionen gehabt rund um die kooperation zwischen adidas und cani west und das haben viele von euch bestimmt schon mitbekommen da gab es immer wieder ein hoch und runter und viel auf und ab am ende gab es aussagen von cani west die adidas so nicht unterstützen wollte und ja es gab es kam zu eigentlich dieser wahren auflösung aufspaltung dieser kooperation eine kooperation wo sich adidas eigentlich sehr viel darunter versprochen hat und sehr viel wert eigentlich auf diese inhalte gelegt hat und die große frage ist eigentlich warum sind diese kooperation so wichtig und wir verstehen das natürlich werbung ist immer gut und präsenz zu zeigen ist immer gut aber man hat schon gesehen es hat milliardeneinflüsse gehabt sowohl auf den umsatz als auch natürlich auf die wird den börsenwert adidas und die große frage ist eigentlich wie gesagt warum ist das ganze so wichtig und so wollen wir uns heute dem größten sportartikel hersteller nähern nämlich nike und um das ganze mal so ein bisschen zu verstehen und auch zu verstehen warum den sportartikeln das ganze herstellen das ganze so wichtig ist wollen wir mal so ein bisschen in die geschichte von nike blicken und wir werden starten im jahr 1962 und 1962 war so das jahr in dem es eigentlich im kern los ging mit nike noch nicht mit dem namen nike und auch noch nicht mit der firma an sich aber in diesem jahr war es so dass viel neid und viel neid wenig kennt es ist der gründer und der ehemalige ceo von nike viel neid war dieser zu zeit zu dieser zeit bei einem besuch bei japan und zwar bei unizuka kann man so nennen und heute heißt es essex aber er war in dieser fabrik zu besuch und hat sich dort schuhe angesehen und hat sich angesehen wie dort schuhe produziert werden und wir wissen es japan hatte auch eine sehr aufstrebende zeit zu dieser zeit und die waren sehr sehr stark in der fertigung von schuhen von sportartikeln und 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 ja bei unizuka war er so beeindruckt von der geschwindigkeit und auch der qualität die diese schuhe hatten in der produktion dass phil knight damals gesagt hat hey die schuhe muss ich haben die möchte ich rüber in die usa bringen und das hat er auch getan und hat diese schuhe am ende in den usa produziert und am ende war das ganze erfolgsstory wir gehen da gleich noch mal genauer darauf ein im übrigen wollte ich aber mal anmerken phil knight ist multimilliardär und er hat immer noch einen anteil an nike von rund zehn prozent und zehn prozent sind bei dem aktuellen börsenwert circa 14 milliarden dollar das heißt ihm gehören immer noch rund 14 milliarden dollar beim aktuellen börsenwert von nike hat noch viele viele andere sachen gemacht aber man sieht er hat das ganze wirklich großgezogen und zwar in dem rahmen auch großgezogen dass er zwar geld von außen aufgenommen hat aber immer noch einen signifikanten anteil an diesem weltkonzern selber hält wie gesagt phil knight hat die schuhe damals gesehen 1962 in japan fand sie total begeistert und die firma von der ich mal gesprochen hat war wie gesagt unizuka unizuka tiger und wer sich mal gefragt hat was für schuhe sind das eigentlich über die man da spricht die sehen ungefähr so aus und die kennen viele von euch ist besonders wenn man so ein bisschen an essex denkt und 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 diese streifenmuster sind so ein bisschen das markenzeichen und das ist jetzt mal ein ausschnitt aus den produkten die es aktuell gibt bei unizuka und die wie gesagt hat er am ende übertragen damals in der alten version rüber in die usa und hat dort begonnen diese schuhe zu produzieren und zu vertreiben immer noch im rahmen von unizuka hatte diese lizenz quasi bekommen und das ganze so ein bisschen unter dem hut von blue ribbon sports und blue ribbon sports war die marke aus der am ende nike entstanden ist und das sieht man hier so ein bisschen denn das war so der erste schlüsselmoment das heißt man diese schuhe importiert oder beziehungsweise diese schuhe hergestellt in den usa hatte damit eigentlich schon signifikanten erfolg und hat dann sich weiter ja dieser entwicklung gewidmet kann man so sagen und man sieht es hier in einem beispiel von nike dass diese schuhe und dieses waffeleisen ja immer so in irgendwie in der symbiose gestanden haben zumindest im rahmen für nike also es gab da experimente um diese sohlen zu verbessern und irgendwie hatte dann mit einem waffeleisen experimentiert so zumindest die geschichte und dieses muster des waffeleisens hat am ende das profil so gestärkt und die optik so verbessert dass dieser schuh dabei entstanden ist und ein sehr begeisterter schuh für alle die ihn dann ausprobiert haben getragen haben und war so ein bisschen der start schuss warum man sich dann getrennt hat von ja unizuku und dementsprechend auch von dem namen blue ribbon sports und rüber gewechselt ist zu dem namen nike und auch zu diesem symbol nike und das ist übrigens damals entstanden für rund 35 dollar vor allem einem ja logo artisten kann man so sagen also er hat dafür damals nur 35 dollar bekommen allerdings muss man an der stelle sagen hat er auch anteil an der firma bekommen die natürlich im nachhinein deutlich mehr wert waren als ja diese 35 dollar so ging die geschichte so ein bisschen weiter und ja wie gesagt nike ist dann im jahre 1970 ungefähr bei rund 10 millionen dollar umsatz gewesen eine signifikante umsatz aber natürlich weit entfernt von dem oder von den summen über die wir heute gesprochen haben und das obwohl immer wieder produkte entwickelt worden auch produkte vermarktet wurden und diese produkte auch erfolgreich erfolgreich waren war es natürlich so dass man noch nicht diesen extrem starken durchbruch geschafft hat um quasi dieses level eines weltkonzerns das heute ist zu erreichen und das kam erst dadurch dass man ja im 1984 diese kooperationen mit michael jordan eingegangen ist und das war so ein bisschen auch der startschuss dieser geschichte von diesen kooperationen und warum sportler so wichtig sind für diese sportsmarken denn 1984 war michael jordan derjenige der als sehr sehr bekannter sportler mit nike eine kooperation eingegangen ist und ein eigenen schuh quasi für ihn entwickelt wurde und dieser schuh ist hier zu sehen das ist der air jordan 1 kann man so sagen und neben diesem schuh mit dem natürlich klassischen nike logo entstanden übrigens aus dem aus der dramaturgie der griechischen antike ist auch dieses rechte obere logo des ja basketball des jumping mans quasi entstanden und diese kooperation mit michael jordan 1984 hat dazu beigetragen dass man im ersten jahr und 130 millionen dollar umsatz damit gemacht hat und wir haben gesehen vor ja knapp zehn 14 jahren war hat man generell nur einen umsatz von ungefähr zehn millionen dollar erzielen können bei nike jetzt ist man quasi im ersten jahr bei 130 millionen dollar über diese kooperation gekommen und insgesamt hat man quasi 2,6 milliarden dollar umsatz erzielen können in dem rahmen von kooperation mit michael jordan und michael jordan war natürlich nur so das erste große beispiel es kamen viele viele weitere kooperationen mit auch anderen großen sportlern hinzu mit ja man sieht es hier lans armstrong tiger woods serena williams das sind nur ein paar beispiele es gibt natürlich noch viel viel mehr und wie gesagt heute auch noch viele bekanntere christian ronaldo war immer wieder dabei viele und große sonnen summen fließen da lebron james auch wieder immer wieder ein thema gewesen wie gesagt mal negativer mal positiver aber man sieht so ein bisschen warum auch diese kooperation damals wichtig war oder aktuell richtig war für adidas und für in kombination mit carney west und halt hier in dem rahmen für michael jordan und diese kooperation waren maßgeblich dafür verantwortlich dass ja nike sich zu einem weltmarktführer mittlerweile behauptet hat mit einem umsatz von rund 55 milliarden dollar und man muss sagen einem gewinn von rund fünf milliarden dollar im letzten geschäftsjahr ist es sieht man halt signifikante umsetzen und auch signifikante gewinne und man hatte so eine boom zeit das werden wir gleich nehmen wir auf den chart blicken in der corona und in der nach corona zeit das flacht so ein bisschen ab aber man sieht trotzdem auch wenn man es mit unseren deutschen ja konzern giganten quasi vergleichen würde hat man trotzdem ja wirklich die nase vorne zumindest was den marktanteil betrifft also man sieht es hier 17 prozent marktanteil weltweit liegt bei nike dann kommt adidas deutlich kleiner dann noch mal puma und under armor so als nächste großer großes sprungbrett folgt dann gleich es gibt auch wieder neue marken und die werden wir uns gleich noch mal angucken mit lululemon zum beispiel die ja auch wieder in dieses segment eintreten und die auch sehr stark davon profitieren dass er sportkleidung auch immer mehr im alter getragen wird also wenn man sehr sehr stark vorher bei wirklichen sportler größen war und das sieht man jetzt auch ganz gut bei carney west ist man mittlerweile auch bei anderen bekannten persönlichkeiten die halt sportkleidung auch in ihrem alltag tragen was man hier aber sehr gut sehen kann und das sieht ist der rechte graf hier ist dass man insbesondere auch in china sehr sehr aktiv ist und das wird gleich noch mal wichtig wenn wir uns angucken wo denn die weiteren wachstumsmärkte eigentlich in diesem segment liegen was ist eigentlich der part von nike also wie sind die umsätze auch so groß aufgeteilt wie sagt ein großteil macht man noch in nordamerika wo man herkommt auch europa ist ein großer großer tag großer part aber wie gesagt auch die asiatischen länder werden immer immer wichtiger und ein zweiter großer faktor für nike grundsätzlich sehr positiv ist für viele händler mit die mit nike zusammenarbeiten aber oftmals ein bisschen kritisch gesehen wird und zwar ist nike oder geht nike immer stärker dazu über dass man die sachen direkt oder die produkte direkt aus dem eigenen online shop verkauft das bedeutet man geht nicht mehr über händler nicht mehr über den vertrieb sondern verkauft wirklich die eigenen produkte im online shop und ja muss dadurch nicht mehr marge abgeben an an vertriebswege an händler die sich natürlich auch noch mal was abzwacken wollen wenn das sehr stark bei food locker gesehen auch bei dem grafen von food locker können wir gleich vielleicht noch mal im vergleich ansehen die haben nämlich deutlich da mussten deutlich oder mussten deutlich kursverluste hinnehmen haben deutlich geschwächelt dadurch dass nike ja auch angekündigt hat das immer weiter auszubauen und somit immer weiter sich von den händlern zu trennen wir sehen unten schuhe sind immer noch das größte segment für nike aber auch kleidung und klamotten und sport equipment sind wichtige märkte was wir aber auch sehen und man sieht hier oben so ein bisschen ist dass man einen sehr sehr positiven trend hatte wenn man jetzt auf die corona zeit blickte da hat jeder sich irgendwie noch mal neu eingedeckt sieht man ganz gut dass die zeit ja so ein bisschen schwächelt also man sieht hier dieses hoch was wir in 2021 hatten und jetzt überall so einen leicht abflachenden zweig also es geht überall wieder so ein stück zurück ist normalisiert sich alles so ein bisschen in paar segmente halten sich noch ganz wacker aber insbesondere die segmente wo man sich gefühlt sehr stark mit kronen mit auseinandergesetzt hat also man sieht es ja cycling also das fahrrad segment und auch home fitness equipment das sind ja segmente wo man selber er sich selbst beschäftigt hat in der corona zeit die schwächeln gerade so ein bisschen wenn die anderen sich noch relativ stabil halten aber ist natürlich auch so ein bisschen wirtschaftlich oder den wirtschaftlichen zyklus bedingt was ich auch spannend fand und das sieht man hier gut ist dass der markt insbesondere in china halt der markt ist auf den nike auch sehr sehr stark blickt wenn man auf zukünftige wachstum blickt also man sieht es hier ganz gut 2015 die einkommens aufteilung in china also man hat einen großen teil eines mittleren einkommens status kann man so sagen der hier in blau abgetragen ist man sieht unten den etwas ja dunkel oder hellblauer gräulichen part den 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 niedrig einkommenden sektor und oben halt diesen ja etwas höher verdienen sektor und das ist auch so ein bisschen der auf die man natürlich abzielt weil das der sektor ist wo leute potenziell kapital übrig haben um um sich auch noch mehr oder teures equipment zu leisten und das ist also ein sektor wo man potenziell weiter wachsen möchte es in der vergangenheit stärker gewachsen und wir haben den großen footprint gesehen von nike auch in china und dort möchte man auch weiter in der zukunft sehr präsent sein aber die konkurrenz schläft nicht habe es gerade eben angesprochen nike ist hier weltmarktführer ganz klar man sieht es hier oben kurz zur einsortierung dieses grafs also man sieht auf der linken seite die ebit marge also die gewinnmarge quasi vor steuern und vor zinsen auf der linken seite hier wohlgemerkt im jahr 2020 und hier unten sieht man das wachstum der marke in prozent jetzt muss man dazu wissen natürlich kleinere unternehmen wachsen tendenziell schneller wir sehen sie oben bei lululemon zum beispiel bei linien andernfalls sieht man halt hier unten dieses segment wo sich eher die etablierten unternehmen aufhalten wir haben uns die vf corporation auch in den letzten wochen ja ein bisschen genauer angeguckt die ein bisschen probleme hat aber auch die lululemon ist so ein bisschen natürlich wenn man sehr viele sehr gute zahlen geliefert hat ein bisschen von diesem wachstumstrend abgekommen was wir aber gut sehen dass wir uns mit nike in einem sehr sehr guten mittelfeld quasi befinden sowohl was die margen angeht als auch noch was das wachstum angeht aber wir sind hier doch deutlich zurückgekommen man sieht sie 1,1 prozent ist so der gesamtmarkt das gesamtmarkt wachstum gewesen und da sieht man dass halt ja sich schon viele auf diesem segmenten tummeln und sich die frage ist okay wer ist wie präsent und wer stellt sich wie als marke am besten raus und da sieht man auch wieder diese verknüpfung zu den persönlichkeiten und den sportlern weltweit nächstes desto trotz sieht man dass das ganze ein wachstumsmarkt ist zumindest wird es so geschätzt in dem fall hier von mckinsey man sieht hier den rest der welt der macht diesen oberen block aus dann hat man darunter china man hat die usa das sind so die märkte wo man weiteres wachstum sieht man sieht aber auch ja dass nicht ganz so dieser zyklus wie hierher geschätzt wurde eingetreten ist also der markt kämpft gerade hier eher so ein bisschen aber langfristig gesehen sieht man halt dieses 8,8 prozent wachstum und ja man sieht auch so ein bisschen wie der die marktgrößen sich verändert also wie china auch immer wichtiger wird als markt also wie dieser balken immer wieder größer wird videos relativ konstant bleiben aber er sich insbesondere natürlich hier so ein bisschen die segmente weiter vergrößern blicken wir mal kurzen blick auf die zahlen bevor wir gleich auf den chart blicken nike ist wie gesagt ein us-amerikanisches sportunternehmen 1964 gegründet haben wir gerade eben in der zeitreihe gesehen mittlerweile sie und 84.000 mitarbeiter aktuell wieder 160 milliarden dollar wert 1,35 prozent dividende und wir sehen es hier oben in diesem chart auch wir hatten schon mal rein vor aus der investitionssicht eine etwas bessere ja etwas bessere dynamik kann man so sagen also wir waren einfach schon mal mehr wert in diesem boom in der corona zeit was natürlich zum einen auf den umsatz zurückzuführen ist aber zum anderen auch darauf zurückzuführen dass die aktien generell höher bewertet waren aber man sieht auch ganz gut dass die aktie gerade so ein bisschen zu kämpfen hat also minus 12 prozent im letzten seit diesem jahr und jetzt muss man wissen die letzten quartalszahlen sind rausgekommen am ende ende september kann man so sagen also so ein bisschen hier vor und die waren ja eigentlich nicht so richtig gut muss man sagen also man musste schon ein bisschen kämpfen in den letzten quartalszahlen sie waren aber am ende irgendwie doch besser als der markt es erwartet hatte insbesondere man aufs gesamtjahr blickt man schafft es halt gerade so ein bisschen das umsatzwachstum überhaupt aufrecht zu halten man hat ein bisschen gegenwind auch wenn man so wie sich so währungseffekte ansieht aber aktuell ist es halt so dass man nicht mehr diesen diesen aufwind hat man hat mit höheren preisen zu kämpfen auch hier sind rohstoffkosten gestiegen was wir aber gut gesehen haben ist halt dass insbesondere dieser footwear dieser große bereich sehr sehr robust ist und dass auch dieser equipment bereich wieder so ein bisschen mehr anzieht der gewinn hat sich trotzdem verringert also der umsatz konnte sich so ein bisschen noch wacker halten aber die kosten sind einfach weiter gegen gelaufen haben die margen so ein bisschen verringert man hofft aber eigentlich dass man zum jahresende ja wieder anziehen kann und zum jahresende so ein bisschen wieder in diese wachstumsschiene zurück steuern kann ich wechsle mal kurz auf den chart und dann könnt ihr euch das mal in der übersicht ansehen wir sehen hier das hoch ungefähr im jahr 2021 mit rund 174 dollar also zum zum ja zum lockdown der pandemie auch oder zu den lockdowns der pandemie kann man so sagen hat teilweise ja auch größere gaps gehabt also mit positiven zahlen danach ging der trend aber so ein bisschen wieder bergab also nachdem wir dieses tief hier hatten und zuletzt ja sind wir so ein bisschen in so einer auf und abwärts bewegung wir waren hier schon mal im tief bei knapp 80 dollar muss man so sagen sind dann wieder ein bisschen hoch gelaufen und ja so seit jahresbeginn kann man eigentlich sagen dass man hier eher in so einem leichten abwärts trend wie gesagt dann gab es hier die letzten earnings man sieht diesen sprung nach oben die waren doch irgendwie besser als erwartet aber auch nicht so richtig gut also es war jetzt kein kein grund zur riesenfreude man sieht es aber dass der ja die erwartungen eigentlich so ein bisschen besser waren als das was man erwartet hat logischerweise aber auf der anderen seite hat man gesehen dass das auch die deutschen sportartikel hersteller wieder ein bisschen hochgezogen hat wir sehen ähnliches bild bei puma und adidas was wir aber auch sehen und das muss man ja ganz klar sagen hier unten haben wir einmal das kgv abgetragen das ist ungefähr gerade so bei 31 32 also es ist nicht günstig quasi nike aktie gerade zu kaufen insbesondere wenn wir auf den umsatz gesehen haben von den umsatz umsatz wachstum gesehen haben von knapp zwei prozent also wir sind eigentlich in so einem modus wo man schon erwartet dass die aktie weiter weg wachsen wird in zukunft weiter ihre markt stärker ausspielen kann vielleicht in china dieses wachstum auch ja wirklich durchziehen kann und dort auch wie diesen die sich platzieren kann als unternehmen das steckt so ein bisschen hier drin sonst würde man nicht so ein hohes kgv ansetzen insbesondere weil die margen jetzt auch nicht auf einem niveau sind die sehr sehr beeindruckend sind aber die zukunft spielt gerade so ein bisschen für das unternehmen also zumindest die trends das sportmodus ein bisschen mehr auch getragen wird auch legerer getragen wird dass man generell gerne geld für gutes equipment ausgibt später in den karten dieser die starke marke spielt ihr ein bisschen in den karten wenn man natürlich die eigenen vertriebskanäle weiter ausbauen kann dann stärkt dass das unternehmen und ich wollte es hier noch mal gerade in der übersicht zeigen einmal die aktie von food locker hier im vergleich die war nämlich auch eine aktie die natürlich darunter gelitten hat wenn das ja mal diesen trend eingegangen ist also wenn man hier ein bisschen mal auf den wochen chart geht und sich das ansieht dann sieht man ganz deutlich dass ja man hier mal bessere zeiten hatte also wir kommen hier von ungefähr 60 waren im tief mal so bei 15 dollar quasi pro aktie mausern uns so ein bisschen jetzt so ganz leicht wieder nach oben haben aber auch nur noch ein kgv von von 13 muss man sagen es war auch schon mal tiefer fast bei drei was aber damit zusammenhängt dass man einfach sagen muss dass die gewinne hier deutlich sich verringert haben und ja man eigentlich so ein bisschen versucht den weiteren weg zu finden jetzt wo viele dieser sportartikel eher auf den direkten vertrieb gehen um ihre margen auch wieder zu verbessern aber es war immer wieder eine aktie die hier auch sehr sehr hohe dividenden geliefert hat die frage ist natürlich wie beständig die sind ob das in zukunft auch weiter so aufrecht erhalten wird da ist das thema dividende auch gerade einmal angesprochen worden wir haben ja noch weiterhin unseren dividenden monat und heute nachmittag beschäftigen wir uns noch mal ein bisschen tiefer mit der mit den rechenlogiken der dividende da wird es ein bisschen das thema auch sein was viele immer wieder ansprechen ja dividenden investoren sind eigentlich nur schlechte mathematiker weil man zahlt mehr steuern man holt sich die gewinne ja aus der substanz des unternehmens und im kern sind dividenden titel immer schlechter als wachstumstitel all diesen fragen werden wir uns heute nachmittag mal so ein bisschen widmen was wir aber hier sehen und das sind alle die in den letzten wochen aufgepasst haben ist ein wichtiger trend der für uns gerade sehr signifikant ist und zwar der der zeigt dass die dividenden kontinuierlich gewachsen sind zwar ist die wachstumsrate die man hier auf der rechten seite sieht ein bisschen zurückgegangen allerdings war das wachstum doch konstant also man sieht es in diesen schönen balken hier die immer leicht gestiegen sind das heißt die dividenden sind leicht immer wieder ein stück berg aufgewandert und das dividenden wachstum liegt immer noch bei knapp über zehn prozent bei einem konstanten dividenden wachstum was natürlich sehr sehr schön ist für jemanden der auf diese dividenden wachstums historien ein fokus hat und das sieht man auch wenn man es bei unseren wachstumsraten sich im überblick ansieht also wir haben ungefähr elf prozent in den letzten fünf jahren im durchschnitt gehabt etwa 13 prozent in den letzten zehn jahren und ja etwa fünf prozent etwa neun prozent wenn man auf die fünf jahres keiger guckt und etwa zehn prozent wenn man auf die zehn jahres keiger guckt 14 prozent hier fehlt noch eine eins man sieht aber ganz gut dass wir eigentlich eine payout ratio von knapp 40 prozent haben also eigentlich ein momentum haben wo wir noch ein bisschen platz für weiteres dividenden wachstum haben und damit auch weiter hoffen können dass die aktie auch ja ihrem weiteren wege da treu bleibt also im kern kann man eigentlich sagen aktuell die nike aktie mal so in der kurzanalyse zusammengefasst wir haben einen konzern der so ein bisschen gerade strauchelt der aber ein sehr positives momentum hatte dass kein gv zeigt doch so ein bisschen dass man eigentlich hofft dass man weiterhin in der zukunft auch so einen aufwärtstrend setzen kann wir haben ein profitables unternehmen wir haben einen weltmarktführer der auch deutlich vor anderen konkurrenten anzusiedeln ist aber vielleicht noch nicht ganz so jung und modern ist wie andere marken wie lulu lemon ein konzern der auch gut weiß wie man kooperationen umgeht und die weiter ausbauen möchte und ja das ist so ein bisschen das was man zu nike eigentlich zusammenfassend sagen kann das dividenden wachstum in der vergangenheit war sehr sehr positiv wir haben noch ein bisschen puffer wenn man auf die payout ratios guckt also den titel den wir uns zumindest genauer angucken für unser dividendenportfolio allerdings dürft ihr natürlich auch wieder gerne abstimmen ob wir die aktie mit in unser depot nehmen ich starte hier mal die umfrage und damit gucken wir noch mal mit einem kurzen blick auch auf unser depot das hat sich natürlich wie der gesamtmarkt auch wieder in die etwas positivere richtung entwickelt wir haben ja in der letzten woche rheinmetall hier oben dazu gekauft das sieht man ganz gut hat sich seither auch recht positiv entwickelt auch die anderen aktien hier unten haben sich wieder etwas mehr erholt die frage ist immer noch was machen die chinesischen konzerne baidu ist immer wieder ein thema aber generell auch bei alibaba sehen wir es also wie schafft es das der chinesische markt wieder so ein bisschen in schwung kommt wir sehen es aber auch bei klassischen dividenden zahlen dass die natürlich so ein bisschen unter druck gekommen sind also zumindest bei denen die nicht so viel puffer hatten und eher aus der historie gewachsene dividenden hatten oder aus vielleicht auch sich abschwächelnden kursen wie gesagt hier immer anzumerken die dividende ist hier nicht mit abgetragen damit sind wir auch am ende wie gesagt heute nachmittag noch mal der fokus auf dividenden dividenden wachstum wir nehmen das ganze noch mal ein bisschen auseinander gucken uns dazu mal ein paar beispiele an auch aus einer psychologischen sicht gucken wir das heute einmal an in unserer investment werkstatt nächste woche wieder klassisch market roundtap nachdem er diese woche ausgefallen ist am dienstag am donnerstag gibt es dann einen blick auf die banken banken weil jp morgen die ja wieder sehr gute zahlen geliefert haben und das scheint es einfach ein sehr robustes geschäftsmodell zu geben und das werden wir uns im nachmittag auch noch mal angucken sowohl die gesamtsportindustrie heute mit nike und pumama im vergleich aber auch mal im vergleich der banken in der nächsten woche ich werfe mal blick auf die umfrage die sieht sehr sehr positiv aus für nike also ihr dürft gerne noch ein bisschen weiter abstimmen ich werde mich schon mal verabschieden und wir sehen uns dann wieder heute nachmittag bis dahin bis zum nächsten Mal